Herzlich willkommen zu TUI Snapshot. Endlich laufen die Urlaubsaktivitäten wieder an und bei der Planung für den Sommerurlaub fragen sich doch viele Gäste, was ist eigentlich, wenn ich oder sogar mehrere Gäste erkranken während des Urlaubs. Keiner kann diese Frage besser beantworten als Ulrich Heuer. Er ist der Leiter des Krisenstabes bei der TUI Deutschland. Uli, herzlich willkommen. Wie stark können wir es ausschließen oder nicht ausschließen, dass ich tatsächlich erkranke im Urlaub? Das Beste, um irgendetwas auszuschließen, was man nicht kann am Ende des Tages, ist eine akkurate Vorbereitung. Die Hygiene und die Schutzmaßnahmen der TUI waren schon immer sehr, sehr umfangreich. In der aktuellen Situation jetzt haben wir natürlich noch mal einen draufgesattelt, sodass wir hier bestmöglich vorbereitet sind. Aber ausschließen lässt sich so ein Fall nicht. Wie bereitet man sich dann konkret vor? Ausschließen lässt sich das nie. Das ist wie mit dem Krisenmanagement. Man kann diese Ereignisse nicht verhindern. Es kommt darauf an zu wissen, was tue ich, wenn es eintritt. Also bestmöglich vorbereitet sein, Pläne zu haben, das ist wichtig und ich kann versprechen, das sind wir. Was passiert, wenn jemand tatsächlich dann erkrankt? Wie sind die Abläufe dann? Zunächst mal muss man sagen, das ist für uns leider aus Sicht des Gastes nicht neu, dass jemand im Zielgebiet erkrankt. Das kann durch einen Unfall passieren. Das kann natürlich auch durch Infektionskrankheiten passieren. Dann gibt es Abläufe, Checklisten. Wir haben Kontakte zu Ärzten, wenn es denn leider im Einzelfall mehr nötig ist, auch Rettungsdiensten. Unsere Reiseleiter sind bestens geschult. Wir sind 24-7 erreichbar. Alles, um bestmöglich vorbereitet zu sein, um in einem dieser Fälle auch bestmöglich agieren zu können. Du hast ja erzählt, es gibt tatsächlich auch immer wieder Fälle durch Infektionskrankheiten zum Beispiel. Wie läuft das dann konkret ab? Also wie greifen diese Maßnahmen dann? Ja, jeder kennt das. Leitgeprüfte Eltern mit kleinen Kindern wahrscheinlich am besten, die diese Krankheiten dann auch mit aus Kindergärten und Schulen bringen. Also wir haben jedes Jahr Fälle von Hand, Mund, Fuß, von Masern, von Windpocken. Da gibt es wirklich detailliert Prozessabläufe, was ist zu tun, die Menschen zu isolieren, weitere Ansteckungen zu verhindern, aber auch Kontakt zu Behörden aufzunehmen und wenn nötig auch ärztlichen Beistand anzuholen. Nehmen wir mal den schlimmsten Fall an. Ein Szenario, bei dem sehr viele Gäste auf einmal erkranken. 30, 40, 50 Gäste zum Beispiel in einem Hotel. Was unternimmt die TUI dann? Erstmal geht es natürlich darum, Betroffenen zu helfen, zu unterstützen, sie bestmöglich zu isolieren, seien es im einzelnen Zimmer oder jetzt in der Vorbereitung auf das Wiederanlaufen auch in ganzen Hotels, die für diese Gäste vorbereitet werden. Dann geht es aber auch darum, die anderen, die noch keine Symptome zeigen, eben auch bestmöglich zu schützen. Wie gesagt, die Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind sehr hoch bei der TUI, aber jetzt haben wir auch noch mal einen drauf gesattelt mit mehr Disinfektion, noch regelmäßiger Disinfektion, Social Distancing und so weiter und so fort. Also, Akutfällen helfen, andere schützen. Jetzt hat eine Fluggesellschaft angekündigt, die Rückholung zu garantieren von Gästen. Macht die TUI so etwas auch? Erstmal ist es unser Selbstverständnis, das zu tun und zweitens sind wir auch durch die Pauschalreiserichtlinie dazu verpflichtet, das zu tun. Also jeder, der bei uns eine Pauschalreise bucht, kann sich darauf verlassen, dass wir uns im Bedarfsfall um ihn kümmern und ihn auch zurückholen. Uli, letzte Frage und Hand aufs Herz. Du hast unter anderem Erreichbarkeit erwähnt. In der Krise hat das nicht immer so reibungslos und zu 100 Prozent funktioniert. Viele haben sich beschwert, dass die TUI nicht erreichbar ist. Woran lag es und was ist zu tun? Ja, wir können uns ja erstmal nur für entschuldigen. Das tut uns natürlich leid, dass jeder Gast, der ein berechtigtes Interesse hatte, seine Frage zu platzieren, wir nicht zeitnah mit der Antwort kommen konnten oder ihm auch erreichbar waren. Ich kann das nur erklären mit der Masse, die da auf uns zukam. Jedes Land, diese Lockdowns der Länder, das war Stundensache und dann sind das natürlich auch eine Masse von Gästen, die dann berechtigterweise Fragen haben. Darauf kann man sich nicht vorbereiten, was mir in diesem Fall natürlich leidtut. Mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir wieder erreichbar sind für Kunden, für Reisebüros und auch wenn die Überarbeitung vielleicht noch schleppend ist, aber wir kümmern uns um jeden Fall. Uli, vielen Dank für das Gespräch. Herzlich gern.